Hey, guckt mal Leute, da liegt einfach ein toter Schwan. Ihr kennt ja inzwischen mein Hauptvideo zu der Insta360 One X2. Mit der hier habe ich jetzt schon viele coole Aufnahmen gemacht, die ihr auch immer mal wieder auf dem Hauptkanal gesehen habt. Jetzt soll es kurz darum gehen, ein kleiner Vergleich zwischen der One X2 und dem viel kleineren Bruder, der Go 2. Das ist nämlich die zweite Generation einer mini kleinen Kompakt-Action-Kamera, die auf jeden Fall zwar kein 360 kann, aber dafür eben Ultra-Weitwinkel. Ein bisschen so, wie ihr es von der GoPro kennt und das werden wir jetzt auch nochmal vergleichen. Vor allem werden wir aber die Go 2 testen und gucken, was man mit der machen kann, wie flexibel die ist und das seht ihr eigentlich in diesem Video. Insta360 Go 2, um die soll es gehen. Man sollte das ganz gut erkennen können. Es ist eine super kleine Kamera, man sieht hier schon den Finger, ja. Das ist die zweite Kamera, die Insta360 mir zur Verfügung gestellt hat und wir packen die einfach mal aus. Ich glaube, verpackungstechnisch muss ich nicht viel zu sagen. Die ist super hochwertig, es sind hier so ein paar Bilder drauf, was man mit der Kamera machen könnte. Die hängt hier jetzt gerade in so einem Auto, an dem Kopf von dem Kollegen oder auch, und das zeige ich euch gleich, an so einem Magneten. Dann haben wir hier die Einstellungen, was die alles kann, die Specs. 1440p, also 2K, 50fps. Mount Anywhere, also du kannst es überall anbringen quasi. Flow State Stabilization, das ist ja diese extreme Stabilisation von der Kamera. Hands Free, also du kannst die ohne Hände bedienen. Slow Motion, Wifi, Preview, Remote Control, Hyperlapse und so weiter. Wasserdicht ist das Ding auch. Wir haben dazu noch ein Case und so ein paar Zubehörteile. Die gucken wir uns auch noch gleich an, gehen aber erstmal kurz zum Case. So, dann packen wir mal eben aus. The Small Camera. Okay, hier ist Papierkram drin. Oh ne, ist kein Papierkram drin. Hier ist schon die... Ich hab das Ding natürlich schon mal ausgepackt, muss man natürlich ernsthaft sagen. Hier ist eigentlich schon was Entscheidendes. Das ist nämlich dieses kleine Magnet-Ding. Das ist wirklich wichtig und das ist einzigartig und das hebt die Kamera von den anderen Kompletto Reno ab. Quickstart Guide. Und hier kommt das Beste eigentlich zum Vorschein. Und zwar haben wir hier einmal die Kamera selbst. Das Case. Ein bisschen wie bei einschlägigen Kopfhörern. Wenn man das rein tut, geht das hier direkt an. Press to connect. Wir haben natürlich auch ein Ladekabel mit dabei. Möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ein USB-Typ C. Und, und das ist auch wichtig, das lassen wir gleich mal draußen, noch eine Halterung. Ich möchte euch natürlich kurz nahelegen, dass man mit dem Handy das ganze Ding auch connecten kann. Jetzt verbinden. Zack, zeigt er hier schon an. Es gibt eine Insta360-App. Bluetooth verbinden. Und verbunden. View in a App. Und jetzt sieht man hier, warte, man sieht jetzt hier Marcel, wie er hier fleißig das iPhone über mich hält. Und wie die Qualität wirklich ist, das testen wir jetzt draußen mit dem Zubehör. Das zeige ich euch nämlich draußen. Das macht keinen Sinn, euch das jetzt hier alles zu zeigen. Es macht Sinn, das draußen in freier Wildbahn zu testen. Also ab nach draußen, Leute. Gut, Leute. Wir fahren jetzt mit dem Rad. Funktioniert einwandfrei. Ich zeige euch gleich, wo ich die Kamera gerade befestigt habe. Das ist echt irre. Wir fahren jetzt einfach mal hier ein bisschen rein. Herbstliche Atmosphäre, ein bisschen auskosten. Hier ist Sackgasse, aber dafür sind wir schön am Wasser. Am Wasser können wir eigentlich ja mal gleich ein Boot reinsetzen, oder? Leute, ich kann jetzt übrigens auf dem Handy auch sehen, ob die Aufnahme auch stabil ist, ob das alles funktioniert. Weil die Kamera hat ja keinen Bildschirm. Und dementsprechend muss man ja irgendwie kontrollieren können, ob das Ganze funktioniert. Das muss ich natürlich nicht die ganze Zeit festhalten. Aber ich kann es hier eben sehen. Und wo die Kamera dran ist, das ist wirklich richtig krass. Oh. Ein bisschen Offroad hier. Zack. Das Gute ist, die Kamera stört mich so, wie sie jetzt gerade festgemacht ist, überhaupt nicht. Und das ist halt das Schöne. Andere Leute denken auch nicht direkt, dass du hier irgendwie einen Blockbuster filmst. Sondern das ist halt richtig schön dezent. Und eigentlich sieht man von der Kamera gar nichts. Oh, ich glaube, hier ist es perfekt fürs Boot, Leute. Ich habe nämlich ein Boot dabei, in meinem Rucksack quasi, da es jetzt alles so gut funktioniert hat. Zeige ich euch jetzt einmal, wie die Halterung funktioniert und wie geil das eigentlich ist. Und dann setzen wir hier das Boot zu Wasser. Ihr habt ja gesehen, es gibt verschiedene Halterungen, aber diese hier ist eigentlich die geilste. Denn ich habe die Kamera einfach mit einem kleinen Clip, der auch so, wenn ihr die Kamera kauft, mit in der Verpackung ist, tatsächlich hier rangemacht. Ich habe das einfach an die Mütze rangemacht. Hier ist es einfach dran. Setze ich die Kappe auf, zack. Kann auch die Höhe dann verstellen. Und so bin ich gerade einfach Fahrrad gefahren. Und so werde ich auch Boot fahren. Die anderen Halterungen sind zwar geil, aber diese hier gefällt mir auf jeden Fall am besten. Ihr findet natürlich aber trotzdem Links in der Videobeschreibung, wo euch das ganze Zubehör, ich habe wirklich viel Zubehör auch noch zu Hause an Selfiesticks und so weiter. Da könnt ihr euch auf jeden Fall austoben. Was ihr dazu haben wollt, könnt ihr dazu bestellen. Guckt euch das auf dem Link in der Videobeschreibung an. Da erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst. Wir haben aber auch noch zum Beispiel diese ziemlich geile Kette. Die ist ja auch im Lieferumfang enthalten. Hatte ich euch, glaube ich, beim Unboxing schon gezeigt. Und wenn wir die jetzt unter meine Jacke tun, dürfte das auch funktionieren. Guckt mal. Mit Reißverschluss sogar. Ist das geil? Dezenter kann man ja wohl eine Kamera nicht transportieren. Ich kann jetzt so durch die Stadt laufen, kann mich ja auch bewegen, kann einen kleinen Tanz aufführen und es passiert einfach nichts. Das Schöne ist bei dieser Kamera, egal ob sie hoch steht oder quer, ihr habt trotzdem natürlich immer ein Querformatbild. Also das ist jetzt nicht so, dass wenn sie so ist, dass ihr auf einmal ein Hochformat habt oder sowas. Nein, nein, das dreht sich automatisch mit. Keine Sorge. Das muss ich wirklich sagen, das kenne ich von keiner anderen Kamera. Das ist halt wirklich geil. Wir machen einen kleinen Running Test. Ich habe jetzt mein Handy in der Hand. Filme noch mit der anderen Hand. Die kleine Kamera ist hier auf jeden Fall sicher dran. Ich finde das so geil. Damit könnt ihr Trampolin springen und es passiert einfach nichts. Das ist auf jeden Fall stabil. Aber wenn ihr halt zu 100% sicher gehen wollt, dann nehmt auf jeden Fall die Kopfhalterung. Da gibt es ja auch noch verschiedenste Ausführungen, dass ihr das auch mit so einem Band festmachen könnt. Ihr könnt jetzt einen Selfiestick machen. Also die kleine Kamera hier könnt ihr genauso wie jede Rande Action Cam überall festmachen. Das ist halt echt geil. Das ist echt gut kompatibel. So Leute, in 360 Grad bauen wir jetzt einfach mal dieses Boot auf. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was sehen könnt. Ihr solltet ja auch mal sehen können, wo der Unterschied liegt. Der wesentliche Unterschied zwischen den zwei Kameras ist nämlich einfach nur, hier habt ihr 5K 360 Grad und bei der anderen halt 2K eben ohne 360 Grad. Na, versteht ihr schon. Also, das Boot hier lässt sich eigentlich recht schnell aufbauen. Hier ist die Pumpe drin. Mit der geht das eigentlich super fix. Wenn ihr wüsstet, ich habe gerade die Kamera einfach übrigens mit dem Selfiestick hinten auf dem Rücken in mein T-Shirt gesteckt. So einfach kann es gehen. So, aufpumpen! So Leute, wir sind wieder in der Go 2 und lassen das Boot zu Wasser. Die Aufnahme kann man übrigens auch mit dieser Fernbedienung starten. Wie geil ist das denn bitte? Und man kann das Ding nicht einfach nur in der Hand halten und so ein paar kleine Einstellungen treffen. Man hat hier übrigens auch so einen kleinen Bildschirm, wenn du das mal zeigen kannst. Richtigen Bildschirm, da sieht man jetzt, wie lange die Aufnahme läuft, wie lange der Akku noch hält und so weiter. Hier hinten gibt es zwei Standfüße. Und jetzt kann man die eigentlich auch als Art Webcam benutzen, mit dem PC koppeln oder so, zack, oder mit dem Handy. Und kann jetzt hier noch eine Videokonferenz halten, wenn nötig. Also, das finde ich ehrlich richtig innovativ. Diese Kamera ist einfach ultra innovativ in jeglicher Form. All die Dinge, die jetzt hier funktionieren, funktionieren sonst in meinen Augen mit keiner anderen Kamera. Und das macht die Kamera halt wirklich extrem einzigartig. Eine Sache, die auf jeden Fall richtig Spaß macht, die Kamera lässt sich im eigenen Case wieder aufladen. Ähnlich wie bei Bluetooth-Kopfhörern geht das hier auch einwandfrei und somit verlängert sich die Akkulaufzeit erheblich. Das Boot rein. Oh shit, bin lange nicht mehr hier rein. Leute, es scheint zu funktionieren. Leute, was gibt es bitte Geileres, als eine Runde bei schönem Herbstwetter zu paddeln und auch noch auf ganz entspannter Basis einfach nur mit dem Schirm Aufnahmen davon zu machen. Guckt mal, direkt mitten in der Natur. Ist das herrlich. Ja, und wenn das so leicht ist, immer mitzufilmen, dann filmt man eben auch mal Dinge, die man eigentlich gar nicht filmen wollte. Wie zum Beispiel hier ein toter Schwan. Keine Ahnung, wie der gestorben ist. Wahrscheinlich durch Plastik im Wasser oder irgendwelche Verunreinigungen. Ziemlich traurig auf jeden Fall. Wollte ich euch aber an dieser Stelle nicht vorenthalten. Ich kann jetzt meinen Schirm natürlich auch so hinlegen. Jetzt habe ich einfach mal die Mütze abgesetzt, dass ihr mich sehen könnt. Aus der Perspektive funktioniert natürlich genauso gut am Ende des Tages. Also wirklich, von der Flexibilität bin ich echt zu 300% begeistert. So Leute, auch noch mal in 360 Grad. Der Vergleich. Das ist natürlich noch mal eine ganz andere Perspektive. Das ist fast wie eine Drohne. Das Ding hängt jetzt am Selfie-Stick, aber die Kamera ist halt so schlau, dass sie diesen Selfie-Stick komplett ausblenden kann. Ey, so eine Perspektive hatte ich auf jeden Fall auch noch nicht vor Paddeln. Hier sind so viele Fische im Wasser. Krank. Boom. Da sind wir wieder. Wir müssen hier irgendwie wieder rauskommen. Geschafft. Ja Mann. Insta der 60. Hat mich nur also gebeten, diese Kamera noch mal auf Herz und Nieren zu testen. Zu vergleichen mit der anderen Kamera, mit der One X2. Das habe ich gemacht und ich komme zur Entscheidung, die Kamera ist cool, wenn man überhaupt kein Zeug mitnehmen will. Wenn man einfach aktiv unterwegs sein will, ein bisschen Fahrrad fährt und sich denkt, komm, ich nehme die Kamera einfach mal mit. Vielleicht kann ich was cooles aufnehmen. Oder ich habe morgen einen Fallschirmsprung, habe aber keine Lust, noch einen dicken Gurt hier umzulegen und so weiter. Hier eine Kamera dran zu machen, bla bla bla. Sondern einfach das Ding irgendwo zu befestigen und man kann sich wirklich darauf verlassen, dieser Clip ist so, so fest, der hält zu 100% an der Mütze dran. Der Magnet hier, diese Kette mit diesem Magneten dran, wo ich die hier dran klippen kann, das funktioniert zwar grundsätzlich auch, finde ich aber ein bisschen schwierig, weil wenn du so ein bisschen dich doch doller bewegst, dann löst sich das T-Shirt von dem Magneten und dann springt die Kamera ab. Und das würde ich jetzt zumindest bei einem Fallschirmsprung nicht empfehlen. Leute, wenn ihr Bock auf die Kamera habt, guckt in die Videobeschreibung, da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Also würde ich sagen, ich bin raus als kleiner PJ-Reviewer und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao. Tschüss.